Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, RohstoffTV für Sie mit dem Newsflash. Heute mit RNC Minerals, Carora Resources, das ist die Namensänderung, und Orange Resources sowie Treasury Metals. RNC Minerals hat mit Wirkung vom 17. Juni 2020 den Namen in Carora Resources geändert. Die Stammaktien und Warrens werden an der Toronto Stock Exchange unter dem neuen Namen des Unternehmens gehandelt und die neuen Handelssymbole lauten KRR bzw. KARR.bt für die Warrens. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der neue Name seinen Geschäftsschwerpunkt auf die wachsende Goldproduktion in Westaustralien besser widerspiegelt. Die Aktionäre stimmten der Namensänderung auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 11. Juni 2020 mit überwältigender Mehrheit zu. RNC Minerals nimmt seine Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus wieder auf. Das Unternehmen erhielt von der peruanischen Regierung die Genehmigung zur Wiederaufnahme der Arbeiten nach den Beschränkungen, die aufgrund von Covid-19 eingeführt worden waren. Der bevorstehende Arbeitsplan auf dem Projekt Curibaya besteht aus Vorbohrungen mit der Absicht, eine Bohrgenehmigung zu beantragen, sobald die Zielerfassung abgeschlossen ist. Das Programm will den Straßenzugang aufgrund früherer Überschwemmungsschäden verbessern und vor Ort ein Explorationslager errichten. Auch sollen 450 Linienkilometer luftgestützte magnetische und radiometische Untersuchungen über das 4x5 Kilometer große Verwitterungszentrum geflogen werden, das die hochgradigen Edelmetalladern beherbergt. Darüber hinaus sollen 2000 Meter Schürfproben sowohl entlang der definierten Aderkorridore als auch an den Rändern der Kuppelkomplexe entnommen werden, die nach Ansicht des technischen Teams von Oren die Quelle der auf dem Projekt beobachteten hochgradigen Adern sind. Schließlich werden 30 Linienkilometer bodengestützter, geophysikalisch induzierter Polarisationsmessungen entlang der Venenkorridore und der Ränder der Kuppelkomplexe das Arbeitsprogramm für Curibaya abrunden. Auf dem Sombrero-Projekt will man das Bohrgenehmigungsverfahren fortsetzen, das wegen der Covid-19-Beschränkungen ausgesetzt wurde. Die Gemeindeteams arbeiten mit der Gemeinde Juanca-Sancos zusammen, um ein positives Ergebnis für den Cunsalta-Previa-Prozess zu erzielen, zu dem sich mit der Regierung und der Gemeinde in Verbindung gesetzt wurde, um die Unterstützung ihres Bohrprogramms im Hauptzielgebiet zum Prero sicherzustellen. Darüber hinaus arbeitet Oren auf traditionelle Abkommen mit den Gemeinden Lucanamarca und San Jose de Huracaya hin, sodass die Ziele NIOC und Goodlucky bis zum Vorliegen von Bohrgenehmigungen vorangetrieben werden können. Oren plant auch, das Edelmetallsee Cello in der südlichen Region des Sombrero-Distrikts mit einer geophysikalisch induzierten Polarisationsuntersuchung am Boden über das 2 x 2 km große Verwinderungssystem voranzutreiben, das sich durch eine Silbermineralisierung und damit verbundene Pfadfinderelemente wie Arsen und Antimon auszeichnet. Treasury Metals meldete eine Aufstockung der garantierten Finanzierung auf 32 Millionen Zeichnungsscheine zu einem Stückpreis von 36 kanadischen Cent und einem Brutto-Gesamterlös von 11,52 Millionen Dollar. Das Angebot wird im Zusammenhang mit der bereits zuvor angekündigten Transaktion des Unternehmens abgeschlossen, bei der Treasury alle ausstehenden Stammaktien der Tamaka Gold Corporation erwerben wird, einem 100%igen Tochterunternehmen von First Mining Gold, das eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Gold Lund besitzt, welches sich in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Goliath von Treasury im Nordwesten von Ontario befindet. Viel los und endlich geht es wieder richtig rund nach den Corona-Beschränkungen. Ich und oder mein Team sind Anteilseignern einer und oder allen präsentierten Aktien und diese sind oder werden in das SRC Mining Special Situations Zertifikat aufgenommen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.